Eine Vorstellung ist ein Bewusstseinsinhalt, der in verschiedenen Zusammenhängen vorkommen kann, vergangenheitsbezogen als innerliche, Imitation ehemals realer Wahrnehmungen, also als Erinnerungen. Diese sind meist visueller oder bildhafter Art und können dabei auch zeitlich strukturiert sein, wenn man sie etwa dem tatsächlichen Erleben analog wie vor einem inneren Auge ablaufen lässt, in verschiedenem Ausmaß können sie aber auch andere sinnliche Qualitäten aufweisen. Während abstrakte Gedanken oder Ideen demgegenübersprachlich oder als geometrische Figuren u. e. vorgestellt werden, zukunftsbezogen als Erwartung oder Befürchtung. Beispielsweise kann man gedanklich Situationen, die einem wichtig sind oder die sich kritisch bis bedrohlich entwickeln könnten, simulieren oder durchspielen. Insbesondere sind Planspiele derartige Simulationen ebenso wie einfache Gedankenspiele. In konkreter Anwendung als mentales Training werden auf diese Weise im Sport komplexe Bewegungsabläufe antizipiert, ohne zeitlichen oder anderem Bezug zur Realität als abstrakte Idee. Ein Begriff, der abgeleitet vom griechischen Ursprungswort Eidos für Bild eine bildhafte Vorstellung meint, Bewusstseinsinhalte können aufgrund der menschlichen Voraussetzungen versprachlicht werden. Punkt. Die Quelle einer Vorstellung ist immer eine vorgängig-sinnliche Erfahrung, die Denken bzw. im Denken in der Vorstellung, geistig oder wie die umgangssprachlichen Ausdrücke für das Gemeinte sonst noch lauten, als Erinnerung wiederholt oder in irgendeiner Hinsicht verändert wird. Vorstellungen werden in traditioneller Ausdrucksweise bezeichnet als bewusstseinsinterne Gegenstände des Vorstellens zu Einsichten oder zu Erkenntnis von Zusammenhängen gelangenden Denkens. Real bildet der denkende Mensch aus seinem Erinnerungs- oder auch Vorstellungsmaterial sowohl einfache als auch komplexe, sprachlich mitteilbare Gedankenformen oder eben Gedanken, über die er jemand anderen informieren kann, indem er ihm davon erzählt, sodass dieser wiederum seinerseits über das von jenem Gedachte informiert wird. Vorstellungsarten. Die Vorstellung kann in Unterkategorien in sogenannte Vorstellungsarten bzw. Vorstellungstypen differenziert werden. Dazu gehören die visuelle Vorstellung, siehe auch bildliche Vorstellung, Gedankenbild, akustische Vorstellung, VGL, auditive Wahrnehmung, Vorstellung von Geruch, VGL, olfaktorische Wahrnehmung, gustatorische Vorstellung, VGL, gustatorische Wahrnehmung, taktile Vorstellung, VGL, haptische Wahrnehmung, Oberflächensensibilität. Analog dieser Differenzierung entsprechen Vorstellungsarten, Vorstellungstypen meist der Vorstellung eines Reizes der fünf Sinne. Zitate. Der Mensch wird durch die Vorstellung eines vergangenen oder zukünftigen Dinges mit dem gleichen Affekt der Lust und Unlust affiziert wie durch die Vorstellung eines gegenwärtigen Dinges. Durch den Verstand werden die Vorstellungen zur Einheit verknüpft. Anführungszeichen. Die Welt ist meine Vorstellung. Ursprünglich Chaos der Vorstellungen. Die Vorstellungen, die sich miteinander vertrugen, blieben übrig. Die größte Zahl ging zugrunde und geht zugrunde. Anführungszeichen. Punkt. Eine Vorstellung ist kein Bild, aber ein Bild kann ihr entsprechen. Punkt. 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 Vielen Dank.